Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Coop-Mitglieder unter Ihnen haben Sie vielleicht schon in der Coop-Zeitung gelesen. Und in Ihrem Coop-Pladen hat es jetzt die Flugblätter mit den bestbekannten grünen Ski. Und das Mal macht es einem sogar Freude, diese auszufüllen. Warum? Steht da drauf. Auch unseren Bergkindern ihren Kindergarten. Das ist eine Aktion, die die Kindergärten in unseren Berggebieten fördern wollen. Und sie ist auf die Beine gestellt worden von zwei Coop-Organisationen. Vom Coop-Frauenbund, der sich unter anderem mit Erwachsenenbildung und Frauenfragen befasst. Und der Patenschaft Coop, der vor allem der Bergbauernbevölkerung helfen will. Und bereits schon 100'000 Franken Startkapital zur Verfügung gestellt hat. Einer von den Bergkindergärten, der durch die Aktion unterstützt wird, ist auf dem Hasliberg im Berner Oberland. Frau Bütikofer, Sie sind im Komitee vom Kindergartenverein Hasliberg. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie noch keinen Kindergarten? Wohl, wir haben seit 1973 einen Kindergarten. Der geniegt aber die Eisenanforderungen nicht, weil es nur ein Provisorium ist. Und dieser Verein bringt nicht genug Geld zusammen. Ja, aber gerade für die Kinder in den Berggebieten wäre doch ein Kindergarten sicher sehr wichtig, stelle ich mir vor. Ja, als Vorbereitung auf die Schule ist der Kindergarten für die Kinder wirklich wichtig, weil es dann doch den Weg in die neue Umgebung erleichtert. Ja, danke Frau Bütikofer. Wenn Sie also die Aktion Bergkindergärten unterstützen wollen, dann holen Sie sich doch in Ihrem Coop-Bladen ein solches Flugblatt. Oder trinken Sie einfach besonders viel Milch. Am nächsten Dienstag ist ja wieder Tag der Milch. Und von allen Milchpackungen, die Sie am Tag der Milch bei Coop kaufen, lässt Coop 10 Rappen der Aktion Bergkindergarten zukommen. Also, machen Sie mit. In dem Sinn, auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop 2x500g Gala-Frisch-Eier-Hörnli statt 2.80.000 Franken, nur 1.90.000 Franken. Ein Liter klaren Coop-Apfelsaft statt 1.10 nur 85 Krapen. Drei Dosen geschälte Tomaten-Midi statt 1.95 nur 1.50 Franken. 120 Gramm Mozzarella Pizza Mario kostet bei Coop statt 1.70 Franken nur 1.30 Franken. 600 Gramm fixfertig tiefgekühlter Goldstar-Spinat statt 1.75 nur 1.35 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop 2 Becher Fruchtjoghurt an 180 Gramm aus Vollmilch, statt 1.10 Franken nur 85 Krapen. Und aus Teilentrammte Milch ebenfalls nur 85 Krapen statt 1.50 Franken. Und jetzt finden Sie bei Coop italienische Eperi besonders günstig. Achtet Sie bei Ihrem nächsten Einkaufen in Ihrem Coop-Laden auf das preisgünstige Angebot. Auf Wiedersehen!